Wir waren heute hier im Tumba Rumba Hotel und es ist mitten im Zentrum von Tumba Rumba und man hat hier sofort das Gefühl, Teil der Gemeinschaft zu sein und der Pluspunkt daran ist, man ist nicht weit entfernt von den Wasserfällen, wo man auf jeden Fall einen Tag drin verbringen sollte, weil es ist super schön zum Schwimmen und ja, wenn man dann seinen Ausflug beendet hat, kommt man hierher und hat ein super Abendessen, weil die Portionen sind wirklich riesig und man wird zu 100% davon satt und es schmeckt super, super gut. Außerdem sind die Getränke total gut und wenn man hier im Pub ist, verbringt man auf jeden Fall einen Abend mit Einheimischen und fühlt sich Teil der Gemeinschaft und wird sofort integriert und hat das Gefühl, man hat ein zweites Zuhause gefunden.